wir müssen acht seiten eines buches finden und die sind an den bäumen nicht im himmel versteckt die sind an den bäumen hier irgendwo genau da oft auf augenhöhe sind die bäume die auf jeden fall ist es nun jules aufgabe diese acht seiten zu finden und je mehr seiten du hast desto wahrscheinlicher ist es dass der slenderman auftaucht ja dann will ich keine also jule das das ist doch jetzt auch gar nicht schlimm wir haben erst eine seite so und jetzt guck dich leicht nach links um leicht nach links leicht langsam langsam jule ganz langsam hallo meine flauschis bitte nein slenderlein lass mir mein geiles bein denn ich muss weiterspielen muss die schweiz momentos wow what's that